Hi, my name is Khadija Mahfuta. I am a student at Eishipena Secondary School. I am grade 12 and I live in Katutura. I am Namibian and the only Muslim at my school. Hallo, ich bin Rina Moser, bin 16 Jahre alt, komme aus dem Kosovo und bin seit drei Jahren erst in Deutschland. Religion, to me, is very important, because it reminds me of who am I, how I'm here and where I'll be going. It reminds me that everything that's here on earth was here because of a reason. Religion ist sehr wichtig für mich, weil man sollte wissen, woher man kommt, warum ist man hier, und man sollte auch wissen, von wem wir kommen oder wofür wir hier sind. Also, es gibt viele Muslime in Deutschland, vor allem sind die aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen und es ist manchmal schwierig, Muslime zu sein, aber es klappt alles. Manchmal passieren Dinge, die sozusagen Muslime getan haben und dann muss man darunter leiden als Muslime, aber es ist eigentlich ganz schön, eine Muslime in Deutschland zu leben, als Muslime in Deutschland zu leben. Well, the population here of Muslims in Namibia is quite few. You can actually count them, but most of them live in fear, like, especially the young girls. There are young girls here in Namibia or ladies, even women at times, usually go out wearing normal clothes. This is because most of them fear for their life, like, whenever you go around, people call you all sorts of names and and it makes them quite uncomfortable and the majority of them are new, they just converted, like, Islam is really young here in Namibia. Kopftuch habe ich ja nicht, weil ich auch nicht in einem muslimischen Land lebe und es ist schwierig zum Beispiel für Praktikumsplätze oder für, also man kann nicht alles mit Kopftuch tun und deswegen auch und ja, wir, also ich bete jetzt nicht jeden Tag fünfmal am Tag, aber ich versuch's es. Schwein essen tue ich auch nicht und die Sachen, die verboten sind, halte ich auch ein. Also, es war sehr schwer, hier in der Schule, wenn ich angefangen habe, habe ich angefangen, als ich in der Schule war, ich war es nicht in der Schule, wo ich gehe, außerhalb von der Schule war. Es war sehr schwer, weil es etwas Neues für die Schule war und es war so schwer. Ich war es nicht. Ich war die einzige, die, die, die mich erzurenden, aus der Schule war. Und ich habe zuerst, es war einfach nicht in die Schule, aber ich wurde in der Schule. Ich habe zuerst, aber sie mehten mich wirklich anders. Aber wenn sie da Fragen, ob ich meine Religion und meine Religion fragen, Einige machen es lustig, aber andere nehmen es ernst. Sie fragen, was sie wissen wollen, was Stereotypen passieren. Es ist ziemlich normal. Ich habe manchmal das Gefühl, dass mich Leute anders behandeln, nur weil ich eine andere Religion habe. Das ist aber nicht immer so. Wie macht sich das gemerkt? Wenn ich mich vorstelle und es kommt darauf an, ob ich trinke oder rauche oder Schwein esse, dann erkläre ich auch warum. Dann sind die Leute komplett anders zu mir und man merkt das sofort. Nicht alle, aber die meisten, sagen wir mal. Auch nicht wenige von, aber viele. Muss man ehrlich sagen. Ja, das Beste ist, dass die immer das Gleiche sagen. Pass auf, da ist die Terroristin und lachen dabei. Ich würde im ersten Blick sofort fragen, wie sie sich dort fühlen, wie wichtig Religion für sie ist und ob sie auch anders behandelt werden. Ich möchte wissen, wie sie ihre Leben leben in ihren Ländern leben. Denn hier in Namibien ist es ziemlich anders. Man findet man, dass die Menschen, die von einem wirklichen Islamischen Ort kommen, und für sie ihre Leben ist normal. Hier in Namibien ist es ziemlich anders, aber es wurde normal für mich. Was ich möchte sagen, wie sie ihre Leben leben, wie sie ihre Leben leben, wie sie überprüfen, die Stereotypen, die Teasen, die Name-Calling sind. Weil, wenn jemand auf die Muslime schaut, ist, dass sie sich überprüfen, wie sie sich überprüfen, wie sie sich überprüfen. Aber ich möchte einfach wissen, wie sie ihre Leben leben in anderen Ländern. Ich hoffe, dass es jeden Tag besser wird und dass wir uns in ein paar Jahren oder in ein paar Monaten besser verstehen werden und dass Religion gar keine Rolle spielen soll in unserer Gesellschaft. Und ja, dass wir uns so verstehen wie mit den anderen, dass wir nicht auf unsere Religion achten sollen. Nicht so viel wie jetzt und dass wir uns nicht lustig darüber machen sollen über unsere Religion. Z worse Inside Insofern Bei happier Vielen Dank.